Und wenn die Regierung alles das getan hat und wirklich einen Freiheitstag ausrufen will, dann müsste sie als Akt der Tätigen Reue, nachdem sie diese Maßnahmen gesetzt hat, auf der Stelle zurücktreten und Neuwahlen ausrufen. Das wäre dann Tätige Reue und dann sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob man von all dem abstrahiert, was der Bevölkerung zwei Jahre lang angetan wurde, ohne Not, oder ob man das einfach zur Kenntnis nimmt.